Wie ihr unschwer hören könnt. Das war ja klipp und klar. Reagieren wir heute auch Weißt du was ich übrigens auch richtig lustig finde? Japaner können das Ausgeschriebene nie richtig aussprechen. Zum Beispiel McDonalds. Ja das Problem ist, beim japanischen hast du eigentlich nie Konsonanten enden oder mehrere Konsonanten aufeinander folgen, sondern da ist immer Konsonant-Vokal. Und deswegen sind sie das nicht gewohnt. Aber die sprechen immer das so voll witzig aus. So Japaner. Das ist geil. Das ist witzig. Ja das ist geil. Was meint er damit. Was meint er mit hentais. Good paradise! Let's go! Wir reagieren auf eine BLACKPINK performance. An live performance. Ja. So do 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 do. do 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 oder ich do 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 do. Okay let's go. Schauen wir uns mal die Läden. Da 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 Oh yeah! Ich liebe diesen Part, ja, das ist einfach dieser schöne Drop, so dieses, einfach so Diese Ruhe vorm Stuhl, die Rosé-Stimme Oh, diese Dance Jun-Yang Rap, ja, guck mal wie flüssig Oh, kannst du so schnell reden? Kannst du so schnell rappen, ha? Nein, ich spreche immer in Zeitlupe Ey, wir sind so langsam, wenn wir reden, unser Gehirn ist nicht schnell genug dafür Wenn ich schnell rede, dann fang ich an zu stottern Ja, ist bei mir auch so Wir sind, ja, wir sind beide Stotterer Boah, ich mach diesen Move richtig Diesen Ja Ich erinnere mich so ein bisschen an Tomb Raider Ich weiß nicht wieso Ich finde das auch so ikonisch, das ist schon, ich glaube, so weltweit bekannt, dieser Move Einfach so, ich glaube, das ist einer der meistgetanzten Tänster, hab ich gefühlt, so in letzter Zeit Wer macht für die die Choreo? Boah, ich weiß nicht, ne Frage Das ist schon richtig cool Aber ich mag diesen Mix Ich mag diesen Mix von coolen Moose und sexy Moose Sexy Und cool Weil dieses Das ist eher so lässig, weißt du? Und dann gibt's auch wieder so sehr sexy, elegante Bewegungen Willi Hitschein Wuuu Bua Brü Wuuu Es war Nooo Uuuu Wuuu Ich finde, YG macht das echt heftig mit den Choreos und auch wegen der Musik. Das ist so einprägsam. Ich habe auch schon lange nicht mehr gehört. Schon zwei Tage nicht gehört. Ich vermisse die Mädels. Ich vermisse sie. Ich brauche Blackpink Content. Wann YG mal die nächsten Songs macht? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, so lange Pause? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Links. Stay United. Du bist ja, sag ich mal, in Korea sehr popular. Populär. Tut mir leid. Ich bin deutsch. Sehr populär. Und du bist gewohnt, dort viele Auftritte zu haben. Dann ist es ja so, du bist in einem anderen Land. Kennst den Ort nicht. Weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren. Vor allem zu koreanischer Musik, wo du koreanisch singst. Ob die das feiern oder nicht. Ich meine, viele feiern es. Klar. Aber trotzdem ist es so für dich immer wieder so eine Herausforderung, die du dich stellen musst, wo du auch einfach Schiss haben darfst. Zum Beispiel, stell mal vor, ey, wir sind in einem fremden Land. Können die Sprache nicht fließen? Kennen die Leute nicht, wissen nicht, wie sie darauf reagieren? Musst du schon Eier haben. Ja, auf jeden Fall. Viele Mumm. Ja, und die haben ordentlich Eier. Ich finde, es macht einen krassen Unterschied, ob du auf einem eigenen Konzert bist. Also wenn Blackpink auftritt auf einem Blackpink-Konzert, dann ist das eine ganz andere Stimmung, weil die Leute sind deine Fans. Als in einer TV-Show oder so ein gesammeltes Musik-Event, wo du nicht weißt, ob die Leute überhaupt deine Musik feiern. Ja. Ich finde, das ist immer viel, viel... Das macht einen viel nervöser. Stimmt. Wenn du irgendwo auftrittst, wo du nicht weißt, ob die Leute das feiern. Coachella? Ja. Zum Beispiel. Aber da haben die Mädels das ja gerockt. Und das finde ich cool. So, das war's. Oder? Hast du noch was zu sagen? Ich muss pissen. Ich hab nix mehr zu sagen, Leute. Gibt mir immer einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Supportet die Blinks. Supportet die Blinks? Also wie sollen die Fans supporten? Ja, beides. Support Blackpink. Support die Blinks. Support euch gegenseitig. Wir brauchen den Support. Support ist kein Mord. Schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendetwas euch wünscht von uns und sagt uns, welcher Blackpink-Song ist euer Lieblingssong. Genau. Das wäre interessant. Was ist euer Lieblings-Blackpink-Song? Ich würde sagen, einen schönen sonnigen Tag. Haut rein! Arrivederci. Oh, warte mal kurz. Die Sonne wendet mich so krass. Guck hier mal. Hallo, streng dich an. Nein, streng dich an. Nein, du bist du untermachen. Boah, bist du penibel, ey. Ich kann gar nicht mehr sehen. Natürlich. Nein, meine Augen sind kleiner als deine. Das glaube ich nicht. Deine Augen sind größer. So. Du oder ich?